Die Bestattungsgesellschaft Schäfer & Co. in Lübeck begleitet Sie im Trauerfall zuverlässig und dezent. Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Grabsteins mit unserem großen Angebot an Grabmalern und Figuren, die von unserer Steinmetzmeisterin gefertigt werden. Unsere umfangreiche Auswahl an Särgen vom schlichten Kiefernholzsarg bis hin zu Särgen in Mahagoni können Sie in unseren Ausstellungsräumen besichtigen. Unser Trauerhaus, das erste private Trauerhaus Lübecks, wird dem Bedürfnis der Trauernden nach Harmonie gerecht. In der Friedhofsallee 114 bietet die stilvolle Atmosphäre unserer hauseigenen Aufbahrungshalle der Trauergemeinde mit bis zu 80 Personen die Möglichkeit, vom Verstorbenen in würdevolle Atmosphäre Abschied zu nehmen. Die Bestattungsgesellschaft Schäfer & Co. aus Lübeck ist Ihr zuverlässiger Begleiter im Trauerfall.